Musik Darf die Tüte überhaupt brauchen? Eddie! Eddie, darf die Tüte überhaupt brauchen? Die Tüte! 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 Der erste, der wann ist! Ich habe auch gedacht, die schlafen alle noch mal... Moin Moin! Stand schon im Orden! Ich habe auch gedacht, die schlafen alle noch mal mal... Die berühre wird mitgenommen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das war's für heute. Hey Sporti, du hast einen Platten. So, aufhieb, aufhieb, nicht gewollt. Aufhieb, nicht gewollt, da ist alles so gewollt. Ich bin schon bei 7 Kilometer gefahren. So, ich bin schon bei Jacky. Was ziehen hast du denn noch? Ja, du hast es doch mal. Die Kühn ist rein, da kommt sie bald. Ja, und dann schaust du mal, die wollten mal her, was mitfahren, hab ich auch schon vermischt. Ja? Warst du wieder letzte? Ja, die waren nur zu fünf. Ja, ich glaube, aufhiel. Ich glaube, hier ist ein Lieblingsruf. Das ist doch, dass wir älter werden. Kein Wunder, dass wir älter werden. Ja. Was ist das? Das Fahrzeug ist Baujahr 77. Ich dachte, es wird deine. Jetzt brauchen wir ja gar keine Bilder machen, die kriegen wir vom Teorik in einem Jahr. Das sollte ja so sein. Das Zauberwort ist weitliegend. 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 Das Zauberwort ist weitliegend.